So, dann wieder mal auf zu einer neuen Runde Counter-Strike-Source. Diesmal etwas mehr Wüstengegend. So, dann, äh, nein, das wollen wir nicht. Diese hier ist am besten hier, glaube ich. Ja, hier können die Terroristen Bomben legen, deswegen nehmen wir sicher einen Entschärfungskid mit. Kleines halber. Okay, dann mal los. Wollen wir mal. Upsala. Eine Blank-Granate, Mann. Das war nicht gut mit der Blank-Granate. Äh, aber ich hab da nichts abgekriegt. Okay, wir nehmen auch mal eine mit. Könnte vielleicht unter Umständen nützlich sein. Wenn sie gleich immer so Fülle auf einen Haufen sind. Sichern und laden. Ja, ich werde erstmal hier einer reinwerfen. Geht in Dekum. Geht in Dekum. Geht in Dekum. Da ist der Bomber. Der Bomber ist jetzt. Ich bin zum anderen Bombenplatz gelaufen. Ich bin zum anderen. Und zwar so Fülle auf. Das hatten wir. Okay, das soll es dann erst einmal wieder gewesen sein. Äh, ja. Okay, ich bedanke mich. Kurz, aber schmerzlos. Okay, ich bedanke mich.